Also, wie breit ist der jetzt? Jetzt ist er grad 3 breit, oder? 4 breit sogar. Ne, 5 breit sogar. 1, 2, 3, 4, 5. Da hat der gerade WhatsApp, äh, oder? WhatsApp? Ja, WhatsApp. Genau. Ja, ja, dann machen wir die halt ein bisschen größer, die Viecher. Für die Viecher. Machen wir die halt... 2 breit? 2 lang. Ja. Die dann halt auch ein bisschen haben, ein bisschen mehr Platz. Kann man denen auch eine kleine Tränke oder so reinbauen? Dann halt. Stimmt, das kann man dann für Coltrane oder so machen. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Es gibt ja Heubein, und die fressen ja Heubein. Ich weiß auch nicht, ob Heubein in den Säcken oder ob das vielleicht so ist wie Kuchen. Die fressen die? Bist du sicher? Ja, ich weiß ja nicht, ob man die Fütter... Ich glaub, es sind nur Deko-Blocks. Ne. Warte. Ähm. Da. Strohbein. Heil 20. Oh lolol. Aber die fressen die nicht von alleine, wenn die da stehen. Das fress ich halt nicht. Ne, ne, das glaub ich nicht. Warte. Die auch zum Füttern... Ja, ne, anscheinend nicht. Aber trotzdem, dann kann man das trotzdem halt für Optik machen. Machen wir jetzt vier lang? Eins, zwei, drei, vier... Dann ist zwei Gang. Ja. Aber das ist dann... Ne, das... Das finde ich zu lang. Vier. Lass drei lang machen und dann halt einen breiteren Gang. Ist dann auch noch so schlimm. Ist dann auch noch so schlimm. Also so. Ja. Ja. Und auf der Seite würde ich halt den Eingang machen, ne? Der Eingang. Auf der Seite hier. Wenn ich irgendwie... Ich würde den eher hier machen. Ja, hier ist unser Feld. Ja, dann kommt das Feld halt woanders hin. What the fuck? Das ist von dem kleinen Bauernhaus. Über... Das ist von dem kleinen Bauernhaus. Das Feld in die Scheune geht oder so. Und hinten dann nur halt... Das Feld würde ich da lassen. Ja, aber ich finde wir sollten den Zaun dann noch weg machen. Der muss echt nicht sein. Ja, auf der Seite nicht, ne. Reiß den mal nieder. Ja, mach mal. Ich kann das Feld sogar um eins versetzen, dann kann ich die Weizen-Ding eins breiter machen. So. So. Dann... So. Und verpiss dich mal. Machen wir nämlich so. Und setz mal... Warte mal. Das Wasser ist dann hier. Ja doch, setz den... Die Tür hier hin. Ich mach... Ich weiß schon, wie ich das mach. Welche Tür? Ich hab keine Tür. Ach doch. Du müsstest eine Tür aufgesammelt haben. Genau. Ich würde dich fest jetzt noch das Feld, während du noch an der Scheune arbeitest. Mach dann mal hier hinten zu, ne. Also... Machen wir das so. Dass hier hinten zu ist. Der Gang, praktisch. Das brauch ich nicht... Steinhur und eine neue wäre nicht schlecht. Da machen wir mal dicht. So. Haben wir... Haben wir Gravel? Nicht viel. Wo baust jetzt den Weg? Genau. Wo das Wasser jetzt ist? Ja. Ne. Dann lass mal hier... Äh... Doch unter anderem. Dann lass mal hier hinten auch noch eine Tür hinbauen. Dann haben wir nämlich einen Eingang zu den Feldern. Ich hab die anderen jetzt nämlich zugemacht. Mit dem Zaun. Wenn nicht so viel rein rennt. Ja. Ja. Okay. So. Eben wollt's App checken. Alter, ich muss immer aufpassen was ich schreibe. Nur wenn ich O schreibe, schlägt mein Handy mir vor O Jenny. Weil... Keine Ahnung. Äh... Weil... Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Maxi, Maxi. Weil ich das vielleicht zu oft zu Jenny geschrieben hab. Aber... Jetzt schlägt er mir das halt immer vor. Das ist voll gammelig. Ach... Wann? Wir haben vier Keys. Och... Beruhig dich doch. Ich weiß nicht warum Thron an ist. Eigentlich geht wie auf Vibration, aber naja. Die Inkarnation eines Fells, du weißt. Ja, ja. Ja, ja. Ist auch einfach so. Eisen... Beleuchtet mal unsere Felder nur. Ich mach das. Alter, die Spinne ist doch ganz aggro, oder? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Oh, das haben wieder zwei Endermänner gespawnt. Also den ganzen Tag sind die Viecher lieb, ne? Und dann auf einmal... Und sie dich rapen. Wie Frauen, ey. Was? Das ist einfach so. Guck... Alter, wie viele Eier geliebt. Alter, die... Die... Wir müssen eigentlich mal gucken, ob wir die Felder so offen lassen wollen. Oder ob wir die nicht auch noch irgendwie nachher ein bisschen überdachen oder so. Eigentlich hätte ich vor, einen Hühnerstall zu bauen, wie ich den bei mir... Äh... Im... War das grad... Das war grad mein Handy, oder? Oder war das mein Tablet? Und weiß es nicht. Etwa mein... Tablet. Tschau! Kopft! Guck... Fisch... Guck... Guck. Guck... Guck. Guck. Soll es jetzt eine reine Holzscheune werden? Ich will es auch sagen. Dann zieh ich es jetzt erstmal aus reinem Holz hier hoch. Mit den Eckpfeilern halt. Alter, in unserem Haus geht es ganz schön die Party. Ja. Hier platzieren wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 10 Pferde sagst du, die können in unseren Stall. Auf unserer Seemap habe ich ja Kühe in so einen Stall platziert. Könnte man natürlich rein theoretisch auch machen. Ist ja dann leichter zu melken. Genau, da könnte man die Milchkühe platzieren und auf dem Feld lassen wir einfach Kühe zum Schlachten. Eigentlich wäre es geiler, wenn die Dinger ja 3 breit wären. Ach so, wegen dem Tor in der Mitte. Ja, aber das Pferd passt, glaube ich, eh nicht durch ein Teil. Ne, ne. Aber dann könnte man hinten einen Pfeiler hinschneiden, wo man es anleihen kann. Das ist ja Quatsch. Ist ja eh drinnen, fest. Wieso? Ne, dann könnte man die offen lassen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja... Warum ist jetzt mein Hund im... Oh, ich hab etwas Hunger. Hört gerade auf. 3 hoch, 3 hoch. Ich hör dich Enderman. Was war denn jetzt so zu geiern? So kommt die Decke. Okay. Alter! Alter! Jo, ein Pferd tot. Warum? Äh, Skelett draufgeschossen, ich draufgeschossen, Skelett draufgeschossen, ich draufgeschossen. Alter, bist du blöd. Unser Pferd oder das andere? Äh, meins. Nee, dein steht da mal. Ja, mein anderes. Achso. Das, was ich gezähmt hab. Meins. Meins ist tot. Das ist meins abgeknallt. Oh. Ja, wir haben ja zum Glück noch eins hier. Alter, ich dachte schon. Aber wo ist mein Sattel? Hast du den aufgesammelt? Oh, okay, jetzt hab ich Hunger. Ist mein Sattel aufgesammelt? Äh, ja. Das ist gut. Erstmal Pferdestakes reinziehen, ey. Ja, ich sag ja, also die Pferde müssen lieber in den Stall, weil so eine Kuhstelle ist mir das egal. Ja, das stimmt allerdings. Alter Zombie, verzieh dich. Brauchen wir Kobbel? Lass mal schlafen, bitte. Kobbel ist alles aufgebraucht. Nö, ist noch im Ofen. Ist noch nicht verbrannt. Achso, stimmt. Ich hab nicht gelingt. Ja, lass die Tür offen. Jo. Mit dir gleich da reinkommen. Achso, ja. Das haben sich die Franzosen damals aufgedacht, was? enforced so, gib mal Sattel jetzt! Bitte? Sattel? Tööööö. Willst ne Sattel haben? Ja. Okay, Skelett! Nein! Der stirbt einfach vor mir. Stirbt er mir direkt in der Fresse weg. So. Bisschen Koppel bereuen nämlich, ich will nämlich eine Kopbellein bauen bei dem Ding. Mal gucken wie das aussieht. Oh, 64 reich ich mal erstmal. Ich habe mir echt irgendwas an der Hühnchen-KI geändert. Ja. Ja, weil manche Hühnchen einfach so durch die Gegend rennen. Gut. Da steht ein Enderman auf unserem Dach. Ich sehe es. Und sie sind weg. So, ich geh dann mal wieder Holz sammeln. Mach das. Los. Jetzt weiß ich auch warum... Klingelt. Was? Äh, was? Ich sag jetzt weiß ich auch wieder warum ich Ton angemacht hab vorhin. Warum? Vom Handy. Weil ich es wieder geschafft hab so... paar Stunden... ...antworten. In den 2 Stunden Minecraft vorhin. Weil ich es einfach nicht mitgekriegt hab durch Vibrieren. Das war mir einfach so. Falscht? Falscht du? Hörst immer nicht. Weil unwichtig, Jungs. Also Handy. Da schon redest du von deiner Freundin. Neeein. Niemals. Die ist wichtig. Alter, nerv jetzt nicht. Deine Freunde? Nein, mein Handy. Ja, aber wer schreibt? Meine Freunde. Ja. Gut. Er hat mal wieder...